Die Nachfrage nach Grillkursen bleibt ungebrochen. Auch dieses Jahr wieder volles Haus beim Grillkurs vom Baumarktspreizer in Ipsitz. Grillmeister Daniel von Deutschland instruierte die Teilnehmer über alle Grillfabrikate von Gas-, Elektro- oder Kohlegriller bis hin zu den Smokern. Seine wertvollen Tipps wurden von allen Teilnehmern wissbegierig aufgesogen. Wer an diesen Kursen teilnehmen möchte, sollte sich schon im Herbst für nächstes Jahr anmelden. Wie immer kam auch der Spaß nicht zu kurz. Musik Der Genuss kam auch zu ebner Erde nicht zu kurz. Baumarktspreizer – das Fachgeschäft für Grillutensilien aller Art in Ipsdal. Musik 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 Musik